Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 27. Juni. Heute haben wir dabei Bosch, Google Maps, WhatsApp, Twitter, YouTube und Facebook Dating. Ja, gestern haben wir noch über Bosch berichtet, dass sie auf Twitter bekannt gegeben haben, dass sie Apple HomeKit nicht unterstützen werden, auch nicht in Zukunft. Und das haben sie auch relativ deutlich gesagt. Und danach gab es direkt die Rolle rückwärts. Denn ebenfalls auf Twitter haben sie jetzt wieder bekannt gegeben, dass sie doch daran arbeiten, um HomeKit zu unterstützen. Tja, man weiß nicht, was da los ist, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Google Maps. Wir hatten vor, ja, ich glaube ein paar Wochen schon die Info, dass in Indien eine neue Funktion getestet wird. Das, wenn man mit einem Taxi fährt und der Taxifahrer von der hervorgegebenen Route abweicht, dass man dann durch Google Maps eine Benachrichtigung bekommt. Und der Test ist anscheinend erfolgreich verlaufen und jetzt wird diese Funktion auch weltweit ausgerollt. Finde ich gut und freue mich schon drauf. Ist auf jeden Fall ein gutes Feature. Und nächstes Thema WhatsApp. Die planen jetzt eine Möglichkeit, dass man seinen WhatsApp-Status, praktisch die Story-Funktion von WhatsApp, auch an Facebook, Instagram und andere Apps weitergeben kann. Das funktioniert manuell. Man kann das nicht voreinstellen, man muss das selber auswählen. Und selbst wenn es eine Facebook-eigene App ist, dann wird nicht das Facebook-Konto verknüpft, sondern es wird ein Link rüber zu Facebook geschoben. Und dafür werden auf iOS und Android die entsprechenden Data-Sharing-RPs benutzt. So, dass darüber nur die Daten zwischen den Apps auf dem Gerät ausgetauscht werden und eben nicht verknüpft zum Beispiel Facebook-System. Sprich, Facebook hat gesagt, in der Datenbank wären dann hinterher zwei Elemente drin und nicht einer. Also, mal schaut mal, ob ihr die Funktion schon habt und ob ihr es teilen könnt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das für euch Sinn macht. Und auch Twitter ist wieder am Testen. Twitter testet nämlich gerade bei ein paar Nutzern eine neue Version des Desktop-Clients, also praktisch der Webseite. Das Design ist so geändert, dass man die Navigation auf der linken Seite hat. Auf der rechten Seite hat man dann die Trends und in der Mitte logischerweise immer noch die Timeline. Es haben schon diverse Nutzer dieses freigeschaltet bekommen. Und ja, da könnt ihr auch einfach mal gucken, vielleicht gehört ihr dazu und vielleicht gefällt euch das Redesign. Dann viel Spaß damit. Auch Updates gibt es bei YouTube. Dort wurde jetzt in einem Update dafür gesorgt, dass man mehr Kontrolle und auch überhaupt mehr Einblick darin hat, was YouTube einem so vorschlägt auf der Startseite. Dort sieht man ja immer diverse Videos, die könnte man sich angucken und man wusste eigentlich nie so richtig, wo die herkommen und hatte auch keine Kontrolle. Und das ist jetzt bald für alle möglich. Zuerst in Englisch in der YouTube-App für Android und später auch für iOS, Desktop und auch andere Sprachen. Da kann man dann sagen, zum Beispiel, warum bekomme ich das vorgeschlagen und auch, dass man von einem bestimmten Kanal, den man zwar abonniert hat, aber einfach keine Vorschläge mehr haben möchte. Schöne Funktion, gibt wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Ich freue mich drauf. Letztes Thema für heute, Facebook-Dating. Da wurde ja angekündigt, dass das in Amerika Ende 2019 loslegen sollte oder loslegen soll. Wir sind ja noch nicht so weit. Und Facebook-Dating ist halt praktisch Tinder von Facebook. Es wird ein eigenes Dating-Profil eingestellt, also nicht das Facebook-Profil verwendet. Und dann wird gematcht anhand von Übereinstimmungen und Präferenzen, gemeinsamen Dingen und auch gemeinsamen Freunden. Ja, da wurde nun bekannt gegeben, dass auch Europa ansteht und zwar 2020. Ja, weiß nicht, ob wir das brauchen oder darauf gewartet haben, aber jetzt seid ihr informiert. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag, kommt gut in den Tag und wir hören uns dann morgen zum Ende der Woche noch einmal. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.